Gestern lag ich noch am Strand und heute freue ich mich, wieder zur Arbeit zu gehen. Komplexe Aufgaben, unkompliziertes Unternehmen. Unglaublich! Unser CEO kennt über 700 Mitarbeitende beim Vornamen. Wir setzen ein riesiges Puzzle zusammen. Jedes Teil zählt, keines darf fehlen. Zum Glück gibt es für mich keinen typischen Arbeitstag. Wir sind keine Organisation. Wir sind ein Organismus, wo jeder für den anderen da ist. Idee schlägt Hierarchie. In diesem Unternehmen kann jeder Mitarbeitende etwas bewegen. Es ist, als würden wir in einem Jet fliegen, den wir gerade bauen. Kühne Technologien und bodenständige Aktionäre gehören zu unserem Erfolgsrezept. Leidenschaft und Liebe zur Arbeit müssen da sein. Alles andere kann man lernen. Hier geben Sie mir immer wieder Gelegenheit, meine Talente weiterzuentwickeln. Sie glauben an mein Potenzial. Das wusste ich schon nach wenigen Tagen.